Der Schwarzgmüll ist Allheilmittel und eine alte Kulturpflanze, die ihren Ursprung in Güpten und Westasien hat. Die kleinen braun-schwarzen Samen enthalten viele wertvolle Tereschelee. Diese Samen werden zu Heilzwecken, Verdauung und als Gewitz genutzt. Die Samen schmecken scharf und aromatisch. Aus den Samen wird ein hochwertiges und witziges El zu Speisezwecken kalt gepresst, das gut verdaut werden kann, Hormonhaushalt und Immunsystem reguliert. Diese heilsame El wird nicht als Heilmittel verkauft, sondern als Nahrungsmittel. Hauptanwendungen Asthma, BL-Hangen, Keusten, Verdauung Heilwirkung Anregend, antibakteriell, antimikotisch, antiseptisch, blutdrucksenkend, blutzuckersenkend, entzündungshemmend, galletreibend, harntreibend, menstruationsverabsatzzeichenend, muttermilchsekretionsverabsatzzeichenend, schweitreibend, verdauungsverabsatzzeichenend, wurmdabsatzzeichenend, anwendungsbereiche Afterjucken, Akne, Allergien, Asthma, BL-Hangen, Bronchitis, DIA-Absatzzeichen E, Durchfall, Eczeme, Frauenleiden, Gallensteine, Gallenschke, Gelbsucht, Immunschke, Insekten, Keuchhusten, Koliken, K-Ämpfe, Leberleiden, Lungenerkrankungen, Magenbeschwerden, Magenschmerzen, Neurodermitis, Parasiten, Pilzinfektionen, Hautpilz, Psoriasis vulgaris, Essuremangel, Schuppenflechte, Tumore, Bärsirrung, Verdauungsbeschwerden, Hummer, wissenschaftlicher Name, Nigella Sativa, Pflanzenfamilie, Harnenfugewixe, Ranuncolasse, Englischer Name, Black Caravay, Black Kumi, Volksmlicher Name Echter Schwarzgmüll, E-Absatzzeichen-Mischerkmüll, Schwarzer Koriander, Schwarzgmüll Verwendete Pflanzenteile Samen Inhaltsstoffe Alphabienen, Asparagin, Trichelé, Bitterstoffe, Beta-Amirin, Campestol, Kygloathenol, Detymorquinon, Fettes L, Gerbsuhren, Harz, Isochinolinalkaloide, Leinolensure, Lenelsure, Myristensure, Nigeliden, Beekümen, Palmitolsure, Saponine, Stohle, Thymochinon, Tritapensaponine Sammelzeit Juli, September Nebenwirkungen Magendarmreizungen, Lebertoxisch, bei zu grömen Menge Kontaktallergie Tee Eins-Essl-Absatzzeichen-Failgame-Absatzzeichen-Satte oder gequetschte Samen mit 250ml kochendem Wasserbergießen 15 Minuten ziehen lassen und abseihen 2x täglich trinken Hilft gegen jede Krankheit außer dem Tod Kaffee-Zusatz Etwas gemahlener Schwarzgmüll kann nach orientalischer Sitte dem Kaffee zugegeben werden Der Kaffee gewinnt an Geschmack und wird heilhaftig L Das L wird sowohl innerlich als auch als Hautpflegemittel eingesetzt Das L hilft sowohl bei trockener als auch bei zu fetter Haut Da das L durch Kaltprissung hergestellt wird, die schwierig ist, sollte man das L fertig kaufen Insektenschutz Samen zwischen die Kleidung gelegt vertreibt Motten Das Schwarzgmüll-Absatzzeichen soll Zecken abschrecken Geschichtliches Der Schwarzgmüll wird im Orient seit tausenden von Jahren genutzt Universalheilmittel Steigerung der Milchleistung bei Menschen und Tten Als gibt's in Brot, Soßen und zu Fisch und Fleisch Insektenbekämpfungsmittel zum Beispiel gegen Motten Asthma-Mittel bei Pferden Man sagt, Schwarzgmüll heilt jede Krankheit außer dem Tod Punkt Pflanzenbeschreibung Die Schwarzgmüll ist in Güpten und angrenzenden Ländern heimisch Kultiviert wird der Schwarzgmüll ins Europa, Nordafrika und Westasien RWCHST bevorzugt auf durchlzigen und humosen B-Absatzzeichen den, aber auch auf steinigen P-Elzen und Ackern Die einriege Pflanze wird zwischen 65 cm hoch Die Pflanze WCHST aufrecht und hat verzweigte Stängel Die B-Elder sind dreifach fiederteilig Die Wein- bis Blaugraun-Bilden erscheinen zwischen Juni und August Aus den Schwarzgmüll-Bilden entwickeln sich bis zum Junherbst die Samen in Ballküchten Die braun-schwarzen Samen sind etwa 2-3 mm groß Anbautipps Saatgütt gibt im Baumarkt und Gartencenter, der Anbau im eigenen Garten ist eher schwierig Bei dem Kauf des Saatgüttes sollte man darauf achten, dass man den echten Schwarzgmüll kauft und nicht die sährliche Zierpflanzenjung Die Samen werden geerntet, wenn diese schwarzbraun sind Die Samen müssen nachgedrücknet werden Die Samen werden in Dosen aufbewahrt und erst kurz vor dem Gebrauch zerkleinert, z.B. im M-Absatzzeichense